Reiter Weltweiter kann jetzt mal kann normale Maschumst ja kann die und Sonnenblumen die sind ja auch Stopper für den Klinik die Pflanze ich davor oder soll angeblich Stoffen sein ich gebe ich hin sie denken es ist ein Stil von der Haken für das Dach Holger 5 Billigil oha alter die große Bäume hier stehen die mussten und sagt für uns kriegst man als 37 das ist ein Baum ich glaube mal wir haben zum Beispiel 1 880 Stück ich kaufe mal für 8 Gold in meinen Händen ok ja doch habe ich eh schon gefahren ja was bringt er meine Hände leuchtet denn dunkelnein die das kann man gut gebrauchen er macht es als Fäckler als Verkleidung meint er leuchtet ja ja von sie hat er so schauen er funktioniert ich verspreche ja das ist gut ja das ist mit es muss auch mit dem Grund er weiß nicht vier fünf Monsters also die große Bäume hier steht und ich werde dir einfach stehen lassen gibt es ja auch Monsters Borna nein schon doch nein da kommen muss ich auch nicht sagen ja weil sie außerhalb des Bissens und das ist schön für dich wirklich absolut viel Geld der Max wenn du wenn wir mal in den Nordrhein-Western der Mauer wenn noch mal so ich will auch bei 300 Schleim-Zieter ähm bis ganz nach unten ähm der Mauer damit die Produktion MW den ganzen Platz nicht einnehmen kann okay wird seit das länger dauern aber egal ja ich habe ich meine halt noch mal das Doppelte und ich hab ich hab halt schon so Prozent sich blocktief ungefähr gemacht und da unten dann auch zu ach du bist der ganze ich komme ja mehr Sonnenblumen und Daybloom und Daybloom Seeds und alles mögliche ich sehe dass hier jemand schon war weil hier eine guten Plattform ist anders stirbst du schon wieder kann einer mehr Hälfte ähnliche Stärken ich habe viel Geld wie viel Geld verliert ihre nur Software eingestellt ist heute echt viel Geld Junge und ich bin so dumm ich hab den überhaupt Alter jetzt meldet sich gar wieder viel obwohl ich auch beschäftigt es geht um die Sieg sind alle für die Posten im Spiel aber gerade ja ich habe mir auch gerade gedacht Alter hey da darf sich eigentlich gar nichts melden ey bleibt man stehen ich zeigte wo du laut mir bist oh war er noch nicht stehen er war es heute nicht ich bin aber das okay jetzt stimmt doch mal sein egal ey genau suchen wir den Dantys und dann schaffen wir den Boss schau hier kommt die Schneebiung Wusstest du es nicht, WTF? Wer ist hier gestorben? Wahrscheinlich in der... Zeit war mit Schnee, Juni. Alter! Jetzt hat... Jetzt hat der Radio schon wieder einen Lack. Weißt du, wie mich das nach einer Zeit ankotzt? Ich... Au! Also, ich nimm's nie mit. Ich nimm's nie mit. Ich bin jetzt nicht so gut gestalten, aber ich bin so übel versagt. Ja, von mir können in der Gegend auch ein paar rumliegen. Ja, was übel ist, IQ. Und hier liegen gegen mehr Sprachsteine. Damit du siehst, wer Fleck oder was? Achso, ja, 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 ich würde es sammeln. Ja, 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 ja. Ich sammeln sie. Nein, ich weiß, sie gebt auf. Sie nicht. Ja. Die kommen eindeutig besser rüber als Schilder. Ja, ich sammle sie halt, damit wir keine Schilder brauchen. die kann man ja beschriften ja auch sonst weiß ich nicht ich muss mal eine Wettbewerbser stehen wir uns erst seit der 1 1 1 2 inzwischen wollen weil ich nur auf der 1 1 1 gespielt habe und dann gab es noch ich bin mir fast sicher Jens was die Geräte und ein paar Dinge an der Hoffnung haben oder für die Scharer sind ein paar Teile als diese Produktionen es ist nein ich die Monatheit verbrochen der in Hamer die Mauer die Musik ist scheiße hier drinnen und korruptiert zum Musik aus ich auch mal nicht ich schon haben zu tun an Jakob war 3 weil ich könnte also wenn man in der Nähe ist müssen sie noch nicht nur noch einmal zu sagen Kau war aufbauen auch hier an die Führung an der Spitze ist schon wieder so geilen wollen jetzt bin ich noch nicht mehr nein und ich kann auch nicht sterben 9 bis 7 Uhr passte habe ich noch eine Bombe nein ja ich bin aber nicht wollen dann bin ich noch einmal nicht mit Goldapport aber absichtlich das ist immer eine Goldapport mich hier lieber wieder raus, bevor ich da runterfahre. Aha. Warum hast du geliebt? Alter. Lässt du mich einfach alleine hier? Das freie ich mich gerade auf. Nein, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ja, okay, insofern ist es gut. Ich bin wieder am Anfang. Nein, aber das war jetzt wirklich so komisch, ich habe auch einmal diskoniert. Auf einmal stattdessen. Oh, ein Riesenwurm. Alter, der legt mich jetzt, kann ich wecken. Nein, doch nicht. So nah und doch so fern. Shit. Äh, bei irgendjemand ist ein DTG, äh, ich kann lauschen. Wer hört das lauschen? Okay. Äh, es gehört, dann bist du. Bei mir nicht, denke ich. Bei mir auch nicht. Das kennen wir ja. Ich höre das auch. Ich höre das auch. Ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Wer ist es dann? Ich nicht. Ja, ich höre das nicht. Ja, genau. Ich glaube, ich nehme noch eine Viertelstunde auf, oder? Wer ist es dann wohl nicht? Das kann ja nur einer nicht sein. Boah, auch wenn Terrar, der immer so behinderte Lecker hat. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das immer noch nicht. Ich verstehe dich. Jetzt wird ja mal, oh, jetzt wird ja... Wieder mal Nachtjungle. Boah, deine M- Oh, oh, shit, 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 shit. Die drei Küchen sind vierkommig an, oder? ich hoffe es Korruption ist aber auch immer die hässlichste Welt auch müssen ja echt warum nur könnte zufällig ein Grund haben was hast du gemacht was hast du gemacht Deinem Oma ey Alter ja da ich bin ungefallen die Hesse gelehrt hast du mal erst wieder am Anfang oben wenn der Mapperschlag ist das heißt ja ach so ist es nicht mehr aus dem Haus in der Schrift des Konnechtes nicht mehr ausmiedert ja ist es ist ein Latschwein der Smo und ich glaube es ist ein Latschma und dann haben wir ja gar nicht so viel Platz nach unten ich hab Bock auf Flash for Dead dann geh raus nein keine Kraftausblicke hier Prozent und schon wieder ein Mann Fickte WLAN funktioniert nicht vor schon wieder ein Würmchen der hat der Entschuldigung ja auch so sagt genau der Richtige sagt genau der Richtige äh diese Würmer ne äh er hat kurz meinen Nein ja egal ich will jetzt wieder nach Hause Lass mich das Hause ja genau genau ich glaube auch nee die Flieger noch nicht in den Tod fallen will kommt könnte mich wünschen wir sind hallo Würmchen Töte mich Borg als er mich doch er hat ja wir treuern sich nicht mehr da ich lasse mich drücken einfach durch aufgrund genau zu sehen die Spannendliche Trinke Erkennen ja egal ich finde doch nicht ich würde sagen wir beenden die Aufnahme mal oder ja also das war ja gut das zu der Hauptaufnahme bis zur nächsten Aufnahme ja die Erkrankung und tschüss was war es war es war ein paar Warten von der Kostasen das wird ein Teil der Eichstorpe Eichstorpe